We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Erstellen, man kann die Bilder hinzufügen, ist eine Standalone-Applikation, braucht also nicht die Macintosh-Software, gleicht sich aber bei Bedarf damit ab, beziehungsweise also die iPad-Auktionen lassen sich auf den Rechner transferieren. Ja, wie gesagt, wer mehr als eine Auktion pro Jahr abwickelt, der sollte nicht das über die Webseite machen, sondern sich dieser netten, schönen Software bedienen.